Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin der Marco Wagner, bin als Facebook Kasperl bekannt im Internet, komme aus der Steiermark, habe jetzt rund 800.000 Fans. Danke für die Möglichkeit, dass ich mit Ihnen reden darf. Ich muss jetzt für alle dazusagen, normalerweise wäre ja geplant gewesen Van der Bellen und Hofer, dass das so eine kleine Diskussionsrunde, was dann im Internet zum sehen ist. Leider Gottes hat der Herr Van der Bellen abgesagt. Ich bin aber trotzdem dankbar für die Chance, dass ich mit Ihnen dort reden kann. Danke fürs Kommen. So, in meiner Community habe ich die Frage gestellt, was würdet ihr an Herrn Hofer fragen, wenn ihr die Chance dazu habt. Da sind hunderte Fragen gekommen. Wir haben jetzt, dass das Ganze neutral und fair ist, ein paar von der grünen Seite genommen und ein paar von der blauen Seite. Ich fange jetzt einfach mit den grünen Fragen einmal an und dann gehen wir auf die blaue über. Grün und Blau hat einmal brennend interessiert. Sind Sie eigentlich nervös, dass Sie da jetzt mit mir rein dürfen? Das mit den Nervösen habe ich mir schon lange angewähnt. Also das ist bei mir ganz selten der Fall. Ich kann mich im Dialekt reden, schon, gell? Ja, das passt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich war im Wahlkampf nicht nervös, aber nervös war ich dann, also am Wahltag bin ich in der Früh aufgestanden, bin ins Wahlkampf gegangen und war in einer Kirche und dann bin ich heim und habe die ersten Ergebnisse gesehen. Bei uns gibt es eine kleine Gemeinde, der ist Zulzwegl, ein Teil von Tazmersdorf und das ist immer so eine Trendgemeinde, was du dann siehst, wenn das Ergebnis dort so ist, dann geht es in die Richtung. Und da war schon ziemlich klar, das geht komplett hoch und dann war ich nervös, aber sonst bin ich ganz, ganz selten nervös. Also nicht einmal bei so einem Star wie mir, ich weiß nicht, ich muss mehr Kaffee trinken. Na gut, dann starten wir mit den grünen Fragen. Waren sehr viele, natürlich die erste Hauptfrage, was haben Sie eigentlich gegen Ausländer? Gar nichts. Gar nichts. Man muss sich eben unterscheiden, man muss sich immer den Menschen anschauen. Man kann nichts vorallgemeinen. Es gibt, meine Nachbarn sind Ausländer, die übernächsten Nachbarn sind aus dem Ausland, das sind wirklich lässige Leute, die gerne in Österreich sind, die sagen, sie können sich was aufbauen. Die Österreicher sind tolle Leute, tolles Land. Und solche Leute sind herzlich willkommen in Österreich und sollen auch bitte kommen. Wenn aber jemand nach Österreich kommt und Frauen vergewaltigt, Gewalt anwendet, sagt, die Gesetze sind mir egal, dann muss man auch sagen dürfen, ist es jetzt nicht willkommen. Das heißt, man muss wirklich unterscheiden. Also die eine Extremposition ist nicht gut, wenn man sagt, alle Ausländer sind schlecht, das ist überhaupt nicht wahr. Aber auch zu sagen, Grenzen komplett auf, alle sind gekommen, das ist genauso falsch. Also Sie jubeln bei der EM, beim Alaba und Arnautowitsch da genauso? Sicher. Perfekt. Gut, nächste Frage. Kornblume. Warum tragen Sie die Kornblume, obwohl Sie wissen, dass das eine Nazi-Blume ist? Weil man die Kornblume von irgendwelchen Nazi-Mörderbanden nicht wegnehmen lassen will. Die Kornblume hat es schon gegeben, bevor es illegale Nazis gegeben hat. Die Kornblume wird es noch geben, lange, wenn es uns nicht mehr gibt. Wir haben die Kornblume getragen, immer bei Angelobungen ist das, weil sie blau ist. Das ist der einzige Grund. Und gestern habe ich gehabt eine Diskussion mit Van der Bellen, beim Kurier, und er hat ein Hemd von Job an gehabt. Und Job hat auf den Hemden da die Kornblume drauf. Also, da kann kein Mensch wieder auf die Idee kommen, dass Job irgendwas mit Nazis zu tun hätte, oder der Van der Bellen irgendwas mit Nazis zu tun hat, nur weil er eine Kornblume trägt. Gut. Nächste Frage, was sehr oft gestellt worden ist bei meinen Leuten im Internet, ist, was haben Sie gegen Homosexuelle? Gar nichts. Ich habe einen Freund, die Homosexuelle sind. Und auch eine gute Bekannte, die auch Homosexuell ist, nur eins will nicht, weil ich glaube, dass für die Kinder ein gutes ist, vielleicht eher mehr. Was mir nicht taugt ist, wenn Homosexuelle Paare Kinder adoptieren. Da bin ich mir nicht sicher, ob das für das Kind so toll ist. Und bei der Ehe, bei der Ehe bin ich der Meinung, der Staat ist es so wenig wie möglich einmischen in Beziehungen zwischen Menschen. Wenn Sie zwei Leute gern haben und wir wollen zusammen sein, dann geht es dem Staat überhaupt nichts an. Außer bei einer Ausnahme, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen und heiraten, da können Kinder daraus entstehen. Und das war eigentlich die Idee der Ehe, dass man damit ja das Kind schützt. Ja, und das ist mein Zugang. Gut. Der Bundespräsident, haben wir nachgelesen auch, verdient 24.000 Euro 14 Mal im Jahr. Was halten Sie für so ein Gehalt und können Sie sich eigentlich eine versetzen in Leute, die ganz, ganz wenig verdienen bei uns in unserem Land? Ja, weil ich auch ganz normal gearbeitet habe. Also ich war nicht immer Politiker. Viele waren immer nur Politiker. Aber ich habe für Küchen verkauft, Küchen geplant und verkauft. Ich war bei einer Fluggesellschaft als Techniker zuerst im Büro. Dann habe ich gesagt, ich möchte draußen arbeiten. Mir sind auch die Finger angefroren am Triebwerk im Jänner, im Winter. Und da habe ich nicht viel verdient. Ja, und klar, der Bundespräsident verdient sehr, sehr gut. Zwar immer noch wesentlich weniger als der Chef der OMV oder der Post. Der Postchef verdient das ein Vielfaches von dem her. Aber ich sage, es ist sehr viel Geld. Und ich will einfach einen Teil von dem Geld auch spenden. Aber ich würde es nicht von mir her tragen und sagen, ich habe es an den oder an den gespendet. Das werden Behindertenorganisationen sein. Das werden Vereine sein, die sich mit Kinderarbeit beschäftigen. Okay. Ich habe halt bei den frühen Kommentaren ausgegelesen, dass vor allem viele Mütter einfach verzweifelt sind. Die würden sich am liebsten alle persönlich fragen, kann man da nicht mehr fördern, alleinerziehende Mütter, also Mütter, die kommen hinten und vorne nicht zusammen, können sich kein zweites, drittes Kind leisten, obwohl sie vielleicht gerne zenten. Kann man da, ist da irgendwas wie... Ja, da liegen ein paar Anträge im Parlament, die das besser machen sollen. Wir haben bei den armutsgefährdeten Menschen in Österreich vor allem, das ist ja klar, Arbeitslose und ganz viele alleinerziehende Mütter, die dann zwei oder drei Kinder haben, trotzdem arbeiten gehen und es geht sie trotzdem nicht aus. Und das ist die Situation, da muss der Staat sagen, wenn jetzt wirklich jemand, der Verantwortung hat für ein Kind, einfach hinten und vorne nicht zusammenkommt, dann muss ich einfach unterstützen, weil der Staat sagt immer, wir brauchen Kinder. Weil die Kinder werden später mehr steuern sollen, die Kinder werden später schauen, dass sie in die Pensionskassen einbezahlt werden, damit das Pensionssystem funktioniert. Also genau dort muss ich mit der finanziellen Unterstützung ansetzen. Gut, bevor wir zu anderen Seiten gehen, würde mich mal interessieren, kriegen Sie beim Hofer eigentlich Prozente? Was war das Verrückteste, was Sie in Ihrer Jugend gemacht haben? Mit elf Jahren 500er Motorrad fahren, wobei hinten mein Bruder angesessen ist, aber der hat längere Füße gehabt als ich. Mit 16 mein Auto ohne Führerschein von Pinkerfeld nach Eisenstadt fahren. Einmal habe ich mir die Polizei aufgehalten, bin ich auch ohne Führerschein gefahren. Und dann ist eh alles verjährt, Gott sei Dank, das darf ich eh schon erzählen. Und dann habe ich dem Polizisten gesagt, boah, ich habe meinen Führerschein vergessen. Und dann habe ich mich gefragt, wie heiß habe ich, so Christian Hofer, das ist mein Bruder, der ist älter als ich. Also das waren so die verrückten Sachen, wobei früher am Land das Fahren ohne Führerschein, das war nicht so schlimm. Aber das geht jetzt überhaupt nicht mehr, weil viel mehr Verkehr ist und wird einfach viel mehr passiert. Sie erzählen das jetzt auch offen aus, ich finde das ja sympathisch, weil das zeigt, dass Sie ein ganz normaler Mensch sind. Aber da könnten jetzt wieder viele sagen, das ist ja dann doch kein Vorbild. Ja, aber ich möchte lieber die Wahrheit sagen, das muss ich lieber. Gut, passt, dann kommen wir weiter, gehen wir auf die andere Seite. Was können Sie als Bundespräsident dazu beitragen, um das Asylchaos zu stoppen? Würden Sie überhaupt noch mal reinlassen, wenn Sie das entscheiden könnten? Also das beste Modell war das, wo wir in der Europäischen Union die Verträge einhalten. Es gibt also das Schengen-Abkommen. Das Schengen-Abkommen sagt, wir können in Europa die Grenzen abbauen, weil die Schengen-Außengrenze gesichert ist, damit es keinen ungeordneten Übertritt geben kann. Das funktioniert derzeit nicht. Das zweite ist Dublin. Das Dublin-Abkommen sagt, dort, wo der Mensch zum ersten Mal sicheren Boden betritt, dort muss das Asylverfahren durchgeführt werden. Jetzt durchqueren die Menschen ganz viele sichere Länder und gehen halt dorthin, wo es halt dann auch finanziell am besten ist, wo die beste Unterstützung da ist. Also wenn wir Schengen einhalten würden und Dublin, da müssen wir noch mal eins machen, nämlich an der Grenze feststellen, wer ist wirklich jemand, der Asyl braucht, der wirklich verfolgt wird, der muss einmal Asyl kriegen. Das passiert in der Schengen-Außengrenze. Und dann kann man es aber nicht Griechenland und Italien alleine lassen, sagen und alle bleiben jetzt bei euch, weil da ist das Asylverfahren durchgeführt worden. Sondern da müssen die Leute gerecht auf Europa aufgedeilt werden. Dann hätten wir überhaupt kein Problem, dann wird es funktionieren. Und warum werden straffällige Asylwerber nicht abgeschaut? Ja, das frage ich mich auch. Wenn jemand sagt, er ist schutzsuchend, dann darf er nicht Frauenvergewaltigen, Leiter schlagen, mit Trogendebeln, das geht alles nicht. Ja, aber da gibt es ja dann Länder, die was nicht mehr zurücknehmen, oder was machen wir da dann? Ja, aber da brauche ich die Rücknahmeabkommen. Und die meisten dieser Länder kriegen Geld, auch von der Europäischen Union. Und da ist schon klar, wenn ihr unterstützt werdet, damit ihr euch besser entwickeln könnt, dann müsst ihr aber auch Rückübernahmeabkommen machen, damit Leute, die eigentlich bei uns nichts verloren haben, dann wieder bei euch zu haus sind. Das wäre nur gerecht und logisch. Okay, gut. Sehr viel Familienbeihilfegeld fließt ins Ausland. Das ärgert viele Menschen, vor allem wenn zum Beispiel nur ein Vater da arbeitet und dann das ganze Familienbeihilfegeld ins Ausland schickt. Ist das normal? Das betrifft jetzt die Grenzgänge. Früher war es wirklich so, dass auch Leute, die ganz weit anders gelebt haben und dann ein paar Jahre in Österreich waren, auch zu haus die Familienbeihilfe gekriegt haben. Das gibt es nicht mehr. Aber was es noch gibt, ist, wenn du zum Beispiel in Ungarn lebst und jeden Tag als Pendler nach Österreich fährst, dann hast du Anspruch für deine Kinder auf die volle Familienbeihilfe und das volle Kinderbetragungsgeld, obwohl die Lebenserhaltungskosten in Ungarn ja viel niedriger sind. Und das wird gerecht aufgelegt sein. Wenn ich sage, okay, in Ungarn ist der Euro so viel wert, bei uns ist er so viel wert und daher kriegst du für dein Kind in Ungarn diesen Betrag und wenn das Kind aber in Österreich lebt, es gibt ja Leute, die als Ausländer in Österreich leben, dann ist es der volle Betrag. Und dann wäre es nur gerecht. Okay. 500.000 Arbeitslose haben wir in Österreich. Was kann man da dagegen machen? Der Hauptgrund sind die hohen Steuern. Wir haben eine extrem hohe Steuernlose. Wir sind bei den OECD-Staaten am zweiten Platz und früher waren wir beim Ranking bei den Firmen, die sich in Österreich ansiedeln wollen, relativ weit vorn. Wir verlieren jedes Jahr. Also die Betriebe wollen nicht mehr nach Österreich kommen, weil wir haben irrsinnig viel Bürokratie und wir haben hohe Steuern. Und du musst mit den Steuern runter. Und dann bin ich wieder beim Rechnungshof, du musst die Vorschläge beim Rechnungshof abarbeiten, damit der Staat weniger Geld für die Verwaltung braucht und wir mehr Geld haben, um die Steuern senken zu können. Das ist der richtige Weg. Ja, und ansonsten, der Bundespräsident kann auch viel machen. Also wenn der Bundespräsident jetzt, ich habe jetzt schon, aus China hat mich schon jemand kontaktiert, der sagt, er möchte gerne investieren, auch in Österreich. Also wenn du da gute Kontakte pflegst, dann sagst du dir vor allem in einer Wirtschaftsdelegation nach China, nach Indien, USA, Russland, egal wo. Was Leute gibt, die sagen, ich möchte in Österreich investieren. Oder es kriegen Firmen aus Österreich Aufträge. Dann kann der Bundespräsident mithelfen, dass da Arbeitsplätze in Österreich geschaffen werden. Und das möchte ich unbedingt machen. Okay. Gut, das wäre dann eigentlich schon die letzte Frage auf meiner Liste. Viele Leute sagen, die EU hat Versack. Was müsste da passieren, dass sie vielleicht für einen Austritt sind, oder kommt das gar nicht in Frage? Na ja, die EU muss sich weiterentwickeln. Also was ich nicht von der Bellen sage, ich möchte zwar die Vereinigten Staaten von Europa. Die Grünen haben dann auch gesagt, sie wollen eine europäische Wirtschaftsregierung, weil das Einstimmigkeitsprinzip weg ist. Jetzt hat österreich immer noch die Möglichkeit, bei Entscheidungen, die für uns schlecht sind, zu sagen, nein, das geht nicht. Wenn wir eine Wirtschaftsregierung hätten, würde Wirtschaftspolitik brüsselt gemacht werden. Und wir könnten auch gar nicht mehr über die TTIP abstimmen, bei einer Wirtschaftsregierung. Also das möchte ich nicht. Ich glaube, dass ich die EU so entwickeln muss, dass man sagt, die Dinge, die wir gemeinsam regeln müssen, regeln wir gemeinsam. Und die anderen Sachen, die das Land selber regeln kann, macht das Mitgliedsland. Ein Beispiel, wir haben eine europäische Traktorsitzverordnung. Da haben Beamte und Experten ewig daran gearbeitet, dass wir eine Traktorsitzverordnung kriegen. Die ist so dick. Aber wir haben keine Sicherheitsstandards für Kernkraftwerke. Das gibt es nicht. Dabei wäre es ja umgekehrt viel wichtiger. Eine Traktorsitzverordnung, ja, man könnte überstreiten. Wenn das normiert ist, okay, dann tun sich die Hersteller vielleicht leichter, dass sie, wenn sie in Europa ihre Geräte verkaufen. Aber wichtiger wäre doch eigentlich zu schauen, dass alle Kernkraftwerke in Europa, am besten Fall ist die gar keine geben, aber sie zumindest die gleichen Sicherheitsstandards haben. Also das muss man wieder besser und anders machen. Was mich noch interessieren würde vielleicht, jetzt sieht man sich so oft im Fernsehen und mit Day-on-Day-Light diskutieren und da eine Rede halten und da. Was macht der Herr Hofer privat? Was hat er für Hoppys, Herr Hofer? Heute habe ich mir einen Jugendtraum erfüllt. Einen Jugendtraum? Ich habe meinen ersten Alltimer gekriegt, nämlich ein Buch Maxi. Ich wollte das Buch immer ein Buch Maxi haben und habe nie eins gekriegt. Und das hat ein Freund von mir, sein Schwiegervater hat es eins verkauft. Das ist 37 Jahre alt. Und heute ist es angemalt worden. Und ich freue mich schon, wenn ich ins Burgenland fahre, weil heute auf die Nacht fahre ins Burgenland, ich war schon ein paar Tage gleich raus, dann sehe ich mein Buch Maxi. Und ansonsten ja ganz normal, ich tue gerne Motorfliegen, das ist ein Hobby von mir. Wir haben einen relativ großen Garten, da fahre ich halt mit dem Rasentraktor herum, da kann ich am besten nachdenken. Also ein Husqvarna Rasentraktor, kann man das Getränk rechts reinstellen, passt. Dann habe ich einen kleinen Roller 125er, bei mir haben sie nämlich nach meinem Unfall den Motorradführerschein wegnommen. Weil da war ich im Rollstuhl und habe gesagt, ich bin vor ein paar Jahren angestürzt beim Paragleiten und da war der Befund Querschnittlähmung. Das war dann aber nur inkomplette Querschnittlähmung und ich habe dann nach ein paar Monaten wieder gelernt, zum Gehen. Ich gehe mit Stock, aber ich kann gehen. Und da hat es geheißen, ich werde nie mehr Motorrad fahren können. So, das habe ich mich erholt, das könnte wieder fahren und hätte den ganzen Schein reinmachen müssen. Da habe ich gesagt, nein, ich mache nur diese vier Vorstunden für den B-Führerschein. Und jetzt habe ich mir so eine Honda 125er gekauft. Und da fahre ich meistens Oststeiermark, südliches Burgenland und Buckelgewöld. Das ist meine Gegend, weil auf die kleinen Straßen kannst du denen schneller fahren als 110 und die geht 115, dann ist sie aus. Ja, eine kleine Tochter habe ich. Also ich habe vier Kinder im Alter von 13 bis 23 Jahren. Da machst du ja mit der Familie immer was. Ja, alles ganz normal. Ganz normal ist es vor allem. Ja, super. Wollen Sie vielleicht 800.000 Leute im Internet noch irgendwas sagen? Ja. Ich möchte euch eines sagen, was mir ganz wichtig ist. Ich war heute auf einem Markt in Wien und da hat mir der Marktstander erzählt, dass die Leute am Markt zu streiten beginnen, also die, die fantabellen wollen, gegen die, die mich wählen. Bitte tut das nicht. Wir sind alle Österreicher und jeder soll wählen, wie er will. Und es ist jetzt keiner ein schlechter Mensch, nur weil er den anderen Kandidaten wählt. Das ist meine erste Bitte. Meine zweite Bitte, geht's bitte zur Wahl, weil es ist ein demokratisches Recht und gebt dort eure Stimme ab. Ich wünsche euch alles Gute. Wunderbar. Ja, Herr Hofer, so viel Zeit habe ich da, nennet mich. Alles gut. Sehr, sehr gut. Zwar immer noch wesentlich weniger als der Chef der OMV oder der Post. Der Post-Chef verdient das, ja, ein Vielfaches von dem her. Aber ich sage, es ist sehr viel Geld und ich will einfach einen Teil von dem Geld auch spenden. Aber ich würde es nicht vor mir her tragen und sagen, ich habe es an den oder an den gespendet. Das werden Behindertenorganisationen sein. Das werden Vereine sein, die sich mit Kinderarbeit beschäftigen. Okay. Ich habe halt bei den frühen Kommentaren ausgelesen, dass vor allem viele Mütter einfach verzweifelt sind. Die würden sich am liebsten alle persönlich fragen, kann man da nicht mehr fördern? Alleinerziehende Mütter, also Mütter, die kommen hin und fahren nicht zusammen, können sich kein zweites, drittes Kind leisten, obwohl sie vielleicht gerne zenten. Kann man da, ist da irgendwas wie... Ja, da liegen ein paar Anträge im Parlament, die das besser machen sollen. Wir haben bei den armutsgefährdeten Menschen in Österreich, vor allem, das ist ja klar, Arbeitslose, und ganz viel alleinerziehende Mütter, die dann zwei oder drei Kinder haben, trotzdem arbeiten gehen und es geht sich trotzdem nicht aus. Und diese Situation, da muss der Staat sagen, wenn jetzt wirklich jemand, der Verantwortung hat für ein Kind, einfach hinter und vorne zusammenkommt, der muss sich einfach unterstützen, weil der Staat sagt immer, wir brauchen Kinder, weil die Kinder werden später mehr steuern sollen, die Kinder werden später schauen, dass sie in die Pensionskassen einbezahlt werden, damit das Pensionssystem funktioniert. Also genau dort muss ich mit der finanziellen Unterstützung ansetzen. Gut, bevor wir zu anderen Seiten gehen, würde mich mal interessieren, kriegen Sie beim Hofer eigentlich Prozente? Was war das Verrückteste, was Sie in Ihrer Jugend gemacht haben? Mit elf Jahren 500er Motorradl fahren, wobei hinten mein Bruder oben gesessen ist, aber der hat längere Füße gehabt, als ich. Das ist gleich weit. Mit 16 mit dem Auto ohne Führerschein von Pinkerfeld nach Eisenstadt fahren. Okay. Einmal hat mir die Polizei aufgehalten, da bin ich auch ohne Führerschein gefahren und dann ist eh alles verjährt, Gott sei Dank, das darf ich eh schon erzählen. Und dann habe ich den Polizisten gesagt, boah, ich habe meinen Führerschein vergessen. Und dann habe ich mich gefragt, wie er heißt, habe ich gesagt, Christian Hofer, das ist mein Bruder, der ist älter als ich. Also das waren so die verrückten Sachen, wobei früher, ich finde das macht so sympathisch, das Fahren ohne Führerschein, das war nicht so schlimm, aber das geht jetzt überhaupt nicht mehr, weil viel mehr Verkehr ist und einfach viel mehr passiert. Sie erzählen das jetzt so offen aus, ich finde das so sympathisch, weil das zeigt, dass Sie ein ganz normaler Mensch sind, aber da könnten jetzt wieder viele sagen, das ist ja dann doch kein Vorbild. Ja, aber ich möchte lieber die Wahrheit sagen, das muss ich lieber. Gut. Passt, dann kommen wir weiter. Gehen wir auf die andere Seite. Was können... Kinderbetragungsgeld, obwohl die Lebenserhaltungskosten in Ungarn ja viel niedriger sind. Und das wird gerecht aufgeklagt sein, wenn ich nämlich sage, okay, in Ungarn ist der Euro so viel wert, bei uns ist er so viel wert und daher kriegst du für dein Kind in Ungarn diesen Betrag und wenn das Kind aber in Österreich lebt, es gibt ja Leute, also Ausländer, die in Österreich leben, dann ist es der volle Betrag. Und dann wäre es nur gerecht. Okay. 500.000 Arbeitslose haben wir in Österreich, was kann man da dagegen machen? Ja, der Hauptgrund sind die hohen Steuern. Wir haben eine extrem hohe Steuern, wir sind bei den OECD-Staaten am zweiten Platz und früher waren wir beim Ranking bei den Firmen, die sich in Österreich ansiedeln wollen, relativ weit vorn. Wir verlieren jedes Jahr, also die Betriebe wollen nicht mehr nach Österreich kommen, weil wir haben eh so viel Bürokratie und wir haben hohe Steuern. Und du musst mit den Steuern runter und dann bin ich wieder beim Rechnungshof, du musst die Vorschläge beim Rechnungshof abarbeiten, damit der Staat weniger Geld für die Verwaltung braucht und wir mehr Geld haben, um die Steuern senken zu können. Das ist der richtige Weg. Ja, und ansonsten, der Bundespräsident kann auch viel machen. Also wenn der Bundespräsident jetzt, ich habe es schon, also aus China hat mich schon niemand kontaktiert, der sagt, er möchte gerne investieren, auch in Österreich. Also wenn du da gute Kontakte pflegst, dann sagst du, ich fahre mit einer Wirtschaftsdelegation nach China, nach Indien, USA, Russland, egal wo, was Leute gibt, die sagen, ich möchte in Österreich investieren. Oder es kriegen Firmen aus Österreich Aufträge, dann kann der Bundespräsident mithelfen, dass da Arbeitsplätze in Österreich geschaffen werden. Und das möchte ich unbedingt machen. Gut, das wäre dann eigentlich schon die letzte Frage auf meiner Listen. Viele Leute sagen, die EU hat Versack. Was müsste da passieren, dass sie vielleicht für einen Austritt sein, oder kommt das gar nicht in Frage? Naja, die EU muss sich weiterentwickeln. Also was ich nicht von der Bellen sage, man möchte zwar die Vereinigten Staaten von Europa. Die Grünen haben dann auch gesagt, sie wollen eine europäische Wirtschaftsregierung, wo das Einstimmigkeitsprinzip weg ist. Jetzt hat Österreich immer noch die Möglichkeit, bei Entscheidungen, die für uns schlecht sind, zu sagen, nein, das geht nicht. Wenn wir eine Wirtschaftsregierung hätten, würde Wirtschaftspolitik brüsselt gemacht werden. Und wir könnten auch gar nicht mehr bei einer Wirtschaftsregierung abstimmen. Also das möchte ich nicht. Ich glaube, dass sich die EU so entwickeln muss, dass man sagt, die Dinge, die wir gemeinsam regeln müssen, regeln wir gemeinsam. Und die anderen Sachen, die das Land selber regeln kann, macht das Mitgliedsland. Beispiel, wir haben eine europäische Traktorsitzverordnung. Da haben Beamte und Experten ewig daran gearbeitet, dass wir eine Traktorsitzverordnung kriegen. Das ist überhaupt nicht vorher. Aber auch zu sagen, die Grenzen komplett auf, alle sind gekommen, das ist genauso falsch. Also Sie jubeln bei der EM, beim Alaba und ein Auto wird stark genauso. Sicher. Perfekt. Gut, nächste Frage. Kornblume. Warum tragen Sie die Kornblume, obwohl Sie wissen, dass das eine Nazi-Blume ist? Weil man die Kornblume von irgendwelchen Nazi-Mörderbanden nicht wegnehmen lassen will. Die Kornblume hat es schon gegeben, bevor es illegale Nazis gegeben hat. Die Kornblume wird es noch geben, lange, wenn es uns nicht mehr gibt. Wir haben die Kornblume getragen, immer bei Angelobungen ist das, weil sie blau ist. Das ist der einzige Grund. Und gestern habe ich gehabt, eine Diskussion mit Van der Bellen beim Kurier, und er hat ein Hemd von Job angehabt. Und Job hat auf den Hemden da die Kornblume drauf. Und da kann kein Mensch wieder auf die Idee kommen, dass Job irgendwas mit Nazis zu tun hätte. Oder der Van der Bellen irgendwas mit Nazis zu tun hat. Nur weil er Kornblume trägt. Gut. Nächste Frage, was sehr oft gestört worden ist bei meinen Leuten im Internet, ist, was haben Sie gegen Homosexuelle? Gar nichts. Ich habe einen Freund, die Homosexuelle sind. Und auch eine gute Bekannte, die auch Homosexuell ist, nur eins will ich nicht, weil ich glaube, dass es für die Kinder nicht gut ist, vielleicht eher mehr. Was mir nicht taugt, ist, wenn Homosexuelle Paare Kinder adoptieren. Da bin ich mir nicht sicher, ob das fürs Kind so toll ist. Und bei der Ehe, bei der Ehe bin ich der Meinung, der Staat, so ist es auch wenig wie möglich, einmischen in Beziehungen zwischen Menschen. Wenn Sie zwei Leute gerne haben, und wir wollen zusammen sein, dann geht es dem Staat überhaupt nichts an. Außer bei einer Ausnahme, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen und heiraten, da können Kinder daraus entstehen. Und das war eigentlich die Idee der Ehe, dass man damit ja das Kind schützt. Ja, und das ist mein Zugang. Gut. Der Bundespräsident, haben wir nachgelesen auch, verdient 24.000 Euro 14 Mal im Jahr. Was halten Sie für so ein Gehalt, und können Sie sich eigentlich einig versetzen in Leute, die ganz, ganz wenig verdienen bei uns in unserem Land? Ja, weil ich auch ganz normal gearbeitet habe. Also ich war nicht immer Politiker. Viele waren immer nur Politiker, aber ich habe früher Küchen verkauft, Küchen geplant und verkauft. Ich war bei einer Fluggesellschaft als Techniker, zuerst im Büro, und dann habe ich gesagt, ich möchte draußen arbeiten. Da sind auch die Finger angefroren am Triebwerk im Jänner, im Winter, und da habe ich nicht viel verdient. Und klar, der Bundespräsident verdient. Wollen Sie als Bundespräsident dazu beitragen, um das Asylchaos zu stoppen? Würden Sie überhaupt noch wann reinlassen, wenn Sie das entscheiden können? Also das beste Modell war das, wo wir in der Europäischen Union die Verträge einhalten. Es gibt also das Schengen-Abkommen. Das Schengen-Abkommen sagt, wir können in Europa die Grenzen abbauen, weil die Schengen-Außengrenze gesichert ist, damit es keinen ungeordneten Übertritt geben kann. Das funktioniert derzeit nicht. Das zweite ist Dublin. Das Dublin-Abkommen sagt, dort, wo der Mensch zum ersten Mal sicheren Boden betritt, dort muss das Asylverfahren durchgeführt werden. Jetzt durchqueren die Menschen ganz viele sichere Länder und gehen halt dorthin, wo es halt dann auch finanziell am besten ist, wo die beste Unterstützung da ist. Also wenn wir Schengen einhalten würden und Dublin, dann müssen wir nochmal eins machen, nämlich einmal an der Grenze feststellen, wer ist wirklich jemand, der Asyl braucht, der wirklich verfolgt wird, der muss einmal Asyl kriegen. Das passiert in der Schengen-Außengrenze. Und dann kann man es aber nicht Griechenland und Italien alleine lassen und sagen, alle bleiben jetzt bei euch, weil da ist das Asylverfahren durchgeführt worden. Sondern da müssen die Leute gerecht auf Europa aufgedeckt werden. Und dann hätten wir überhaupt kein Problem, dann wird es funktionieren. Und warum werden straffällige Asylwerber nicht abgeschlossen? Ja, das frage ich mich auch. Wenn jemand sagt, er ist schutzsuchend, dann darf er nicht Frauen für Gewaltigen Leiter schlagen, mit Trogendielen, das geht alles nicht. Ja, wenn du siehst an Länder, die was nicht mehr zurücknehmen, oder was machen wir da dann? Ja, aber da brauche ich die Rücknahmeabkommen und die meisten dieser Länder kriegen Geld, auch von der Europäischen Union. Und da ist schon klar, wenn ihr unterstützt werdet, damit ihr euch besser entwickeln könnt, dann müsst ihr aber Rückübernahmeabkommen machen, damit Leute, die eigentlich bei uns nichts verloren haben, dann wieder bei euch zu hause sind. Das wäre nur gerecht und logisch. Okay, gut. Sehr viel Familienbeihilfe-Geld fließt ins Ausland. Das ärgert viele Menschen, vor allem, wenn zum Beispiel nur ein Vater da arbeitet und dann das ganze Familienbeihilfe-Geld ins Ausland schickt. Ist das normal? Kann man da was dagegen machen? Das betrifft es die Grenzgänge. Früher war es wirklich so, dass auch Leute, die ganz woanders gelebt haben und dann ein paar Jahre in Österreich waren, auch zu Hause die Familienbeihilfe gekriegt haben. Das gibt es nicht mehr. Aber was es noch gibt, ist, wenn du zum Beispiel in Ungarn lebst und jeden Tag als Pendler nach Österreich fährst, dann hast du Anspruch für deine Kinder auf die volle Familienbeihilfe und das volle... Ja, grüß Gott, Herr Hofermann. Freut mich. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin der Marco Wagner, bin als Facebook-Kaspern bekannt im Internet, komme aus der Steiermark, habe jetzt rund 800.000 Fans. Danke für die Möglichkeit, dass ich mit Ihnen reden darf. Ich muss jetzt für alle dazusagen, normalerweise wäre ja geplant gewesen Van der Bellen und Hofer, dass das so eine kleine Diskussionsrunde, was dann im Internet zum Segen ist. Leider Gottes hat der Herr Van der Bellen abgesagt. Ich bin aber trotzdem dankbar für die Chance, dass ich mit Ihnen da jetzt reinkam. Danke fürs Kommen. So, ich habe meiner Community die Frage gestellt, was würdet ihr an Herrn Hofer fragen, wenn ihr die Chance dazu habt. Da sind hunderte Fragen gekommen. Wir haben jetzt, dass das Ganze neutral und fair ist, ein paar von der grünen Seite genommen und ein paar von der blauen Seite. Ich fange jetzt einfach mit den grünen Fragen einmal an und dann gehen wir auf die blaue über. Grün und blau hat einmal brennend interessiert. Sind Sie eigentlich nervös, dass Sie da jetzt mit mir rennen dürfen? Das mit den nervössten, habe ich mir schon lange angewähnt. Also das ist bei mir ganz selten der Fall. Okay, weil ich im Dialekt reden, schon, gell? Ja, natürlich. Ich kann es gar nicht anders. Ich war im Wahlkampf nicht nervös, aber nervös war ich dann. Also am Wahltag bin ich da früh aufgestanden, bin ins Wahlkampf gegangen und war in einer Kirche und dann bin ich heim und habe die ersten Ergebnisse gesehen. Bei uns gibt es eine kleine Gemeinde, der ist Zulzregel, ein Teil von Tazmersdorf und das ist immer so eine Trendgemeinde, was du dann siehst, wenn das Ergebnis dort so ist, dann geht es in die Richtung. Und da war schon ziemlich klar, das geht komplett hoch. Und dann war ich nervös, aber sonst bin ich ganz, ganz selten nervös. Also nicht einmal bei so einem Star wie mir. Ich weiß nicht, ich muss mehr Kaffee trinken. Na gut, dann starten wir mit den grünen Fragen. Waren sehr viele. Natürlich die erste Hauptfrage, was haben Sie eigentlich gegen Ausländer? Gar nichts. Gar nichts. Man muss sich immer den Menschen anschauen. Man kann nichts verallgemeinern. Es gibt, meine Nachbarn sind Ausländer, die übernächsten Nachbarn sind aus dem Ausland, das sind wirklich lässige Leute, die gerne in Österreich sind, die sagen, sie können sich was aufbauen. Die Österreicher sind tolle Leute, ein tolles Land. Und solche Leute sind herzlich willkommen in Österreich und sollen auch bitte kommen. Wenn aber jemand nach Österreich kommt und Frauenvergewalt anwendet, sagt die, die Gesetze sind mir egal, dann muss man auch sagen dürfen, ist das nicht willkommen. Das heißt, man muss wirklich unterscheiden. Also die eine extreme Position ist nicht gut, wenn man sagt, alle Ausländer sind. Und das sollte gerecht aufgezeigt sein. Wenn ich sage, okay, in Ungarn ist der Euro so viel wert, bei uns ist er so viel wert, und daher kriegst du für dein Kind in Ungarn diesen Betrag. Und wenn das Kind aber in Österreich lebt, es gibt ja Leute, die als Ausländer in Österreich leben, dann ist es der volle Betrag. Und dann wäre es nur gerecht. Okay. 500.000 Arbeitslose haben wir in Österreich. Was kann man da dagegen machen? Der Hauptgrund sind die hohen Steuern. Wir haben eine extrem hohe Steuernlose. Wir sind bei den OECD-Staaten am zweiten Platz. Und früher waren wir beim Ranking, bei den Firmen, die sich in Österreich ansiedeln wollen, relativ weit vorn. Wir verlieren jedes Jahr. Also die Betriebe wollen nicht mehr nach Österreich kommen, weil wir haben irrsinnig viel Bürokratie und wir haben hohe Steuern. Und da muss man den Steuern runter. Und dann bin ich wieder beim Rechnungshof, da muss ich die Vorschläge beim Rechnungshof abarbeiten, damit der Staat weniger Geld für die Verwaltung braucht und wir mehr Geld haben, um die Steuern senken zu können. Das ist der richtige Weg. Ja, und ansonsten, der Bundespräsident kann auch viel machen. Also wenn der Bundespräsident jetzt, ich habe es schon, aus China hat mich schon jemand kontaktiert, der sagt, er möchte gerne investieren in Österreich. Also wenn du da gute Kontakte pflegst, dann sagst du vor allem in einer Wirtschaftsdelegation nach China, nach Indien, USA, Russland, egal wo. Was Leute gibt, die sagen, ich möchte in Österreich investieren. Oder es kriegen Firmen aus Österreich Aufträge. Dann kann der Bundespräsident mithelfen, dass da Arbeitsplätze in Österreich geschaffen werden. Und das möchte ich unbedingt machen. Okay. Gut, das wäre dann eigentlich schon die letzte Frage auf meiner Liste. Viele Leute sagen, die EU hat Versack. Was müsste es da passieren, dass sie vielleicht für einen Austritt sein, oder kommt das gar nicht in Frage? Naja, die EU muss sich weiterentwickeln. Also was ich nicht von der Bellen sage, die Vereinigten Staaten von Europa. Die Grünen haben dann auch gesagt, sie wollen eine europäische Wirtschaftsregierung, wo das Einstimmigkeitsprinzip weg ist. Jetzt hat Österreich immer noch die Möglichkeit, bei Entscheidungen, die für uns schlecht sind, zu sagen, nein, das geht nicht. Wenn wir eine Wirtschaftsregierung hätten, würde Wirtschaftspolitik Brüssel gemacht werden. Und wir könnten auch gar nicht mehr über die TIP abstimmen, bei einer Wirtschaftsregierung. Also das möchte ich nicht. Ich glaube, dass ich die EU so entwickeln muss, dass man sagt, die Dinge, die wir gemeinsam regeln müssen, regeln wir gemeinsam. Und die anderen Sachen, die das Land selber regeln kann, macht das Mitgliedsland. Beispiel, wir haben eine europäische Traktorsitzverordnung. Da haben Beamte und Experten ewig daran gearbeitet, dass wir eine Traktorsitzverordnung kriegen. Das ist überhaupt nicht wahr. Aber auch zu sagen, die Grenzen komplett auf, alle sind gekommen, das ist genauso falsch. Also Sie jubeln bei der EM, beim Alaba und Arnautowitsch da genauso? Sicher. Perfekt. Gut, nächste Frage. Kornblume. Warum tragen Sie die Kornblume, obwohl Sie wissen, dass das eine Nazi-Blume ist? Weil man die Kornblume von irgendwelchen Nazi-Mörderbanden nicht wegnehmen lassen will. Die Kornblume hat es schon gegeben, bevor es illegale Nazis gegeben hat. Die Kornblume wird es noch geben, lange, wenn es uns nicht mehr gibt. Wir haben die Kornblume getragen, immer bei Angelobungen ist das, weil sie blau ist. Das ist der einzige Grund. Und gestern habe ich gehabt eine Diskussion mit Van der Bellen. Also wenn der Bundespräsident jetzt, ich habe es schon, also aus China hat mich schon niemand kontaktiert, der sagt, er möchte gerne investieren in Österreich. Also wenn du da gute Kontakte pflegst, dann sagst du vor allem in einer Wirtschaftsdelegation nach China, nach Indien, USA, Russland, egal wo, was es Leute gibt, die sagen, ich möchte in Österreich investieren. Oder es kriegen Firmen aus Österreich Aufträge. Dann kann der Bundespräsident mithelfen, dass da Arbeitsplätze in Österreich geschaffen werden. Und das möchte ich unbedingt machen. Gut, das wäre dann eigentlich schon die letzte Frage auf meiner Liste. Viele Leute sagen, die EU hat Versack. Was müsste es da passieren, dass sie vielleicht für einen Austritt sein, oder kommt das gar nicht in Frage? Naja, die EU muss sich weiterentwickeln. Also was ich nicht von der Bellen sage, man möchte zwar die Vereinigten Staaten von Europa. Die Grünen haben dann auch gesagt, sie wollen eine europäische Wirtschaftsregierung, wo das Einstimmigkeitsprinzip weg ist. Jetzt hat Österreich immer noch die Möglichkeit, bei Entscheidungen, die für uns schlecht sind, zu sagen, nein, das geht nicht. Wenn wir eine Wirtschaftsregierung hätten, würde Wirtschaftspolitik brüsselt gemacht werden. Und wir könnten auch gar nicht mehr bei einer Wirtschaftsregierung abstimmen. Bei einer Wirtschaftsregierung. Also das möchte ich nicht. Ich glaube, dass sich die EU so entwickeln muss, dass man sagt, die Dinge, die wir gemeinsam regeln müssen, regeln wir gemeinsam. Und die anderen Sachen, die das Land selber regeln kann, macht das Mitgliedsland. Beispiel, wir haben eine europäische Traktorsitzverordnung. Da haben Beamte und Experten ewig daran gearbeitet, dass wir eine Traktorsitzverordnung kriegen. Das ist so dick. Aber wir haben keine Sicherheitsstandards für Kernkraftwerke. Das gibt es nicht. Dabei wäre es ja umgekehrt viel wichtiger. Eine Traktorsitzverordnung, ja, man könnte überstreiten. Wenn das normiert ist, okay, dann tun sich die Hersteller vielleicht leichter, dass sie, wenn sie in Europa ihre Geräte verkaufen. Aber wichtiger wäre doch eigentlich zu schauen, dass alle Kernkraftwerke in Europa, am besten Fall ist die gar keine geben, aber sie zumindest die gleichen Sicherheitsstandards haben. Also das muss man wieder besser und anders machen. Okay. Was mich noch interessieren würde vielleicht, jetzt sieht man sich so oft in Fernsehen und mit Day-on-Day-Leute diskutieren und da eine Rede halten und da, was macht der Herr Hofer privat? Was hat er für Hoppys, Herr Hofer? Heute habe ich mir einen Jugendtraum erfüllt. Einen Jugendtraum? Ich habe meinen ersten Alltag mal gekriegt, nämlich ein Buch Maxi. Ich wollte das Buch immer Buch Maxi haben und habe nie eins gekriegt. Und das hat ein Freund von mir, also sein Schwiegervater hat eins verkauft, das ist 37 Jahre alt und heute ist er angemalt worden. Und ich freue mich schon, wenn ich ins Burgenland fahre, weil heute auf der Nacht fahre ins Burgenland, ich war schon ein paar Tage nicht so aus, dann sehe ich mein Buch Maxi. Und ansonsten ja ganz normal, ich tue gerne Motorfliegen, das ist ein Hobby von mir. Wir haben einen relativ großen Garten, da fahre ich halt mit dem Rasentraktor herum, da kann ich am besten nachdenken. Also Husqvarna Rasentraktor, kann man das Getränk rechts reinstellen, passt. Dann habe ich einen kleinen Roller 125er, bei mir haben sie nämlich nach meinem Unfall den Motorradführerschein wegnommen. Weil da war ich im Rollstuhl, und ich bin vor ein paar Jahren abgestürzt beim Paragliten und da war der Befund Querschnittlähmung. Das war dann aber nur inkomplette Querschnittlähmung und ich habe dann nach ein paar Monaten wieder gelernt zum Gehen. Ich gehe mit Stock, aber ich kann gehen. Und da hat es geheißen, mit 11 Jahren 500er Motorradl fahren, wobei hinten mein Bruder oben gesessen ist, aber der hat längere Füße gehabt als ich. Das ist gleich weit. Mit 16 bin ich mein Auto ohne Führerschein von Pinkerfeld nach Eisenstadt fahren. Einmal habe ich mir die Polizei aufgehalten, bin ich auch ohne Führerschein gefahren. Und dann ist eh alles verjährt, Gott sei Dank, das DFB schon erzählt. Und dann habe ich dem Polizisten gesagt, boah, ich habe meinen Führerschein vergessen. Und dann habe ich mich gefragt, wie heiß habe ich das? Ich sage, Christian Hofer, das ist mein Bruder, der ist älter als ich. Also das waren so die verrückten Sachen, wobei früher am Land, das Fahren ohne Führerschein, das war nicht so schlimm. Aber das geht jetzt überhaupt nicht mehr, weil viel mehr Verkehr ist und einfach viel mehr passiert. Sie erzählen das jetzt so offen aus, ich finde das so sympathisch, weil das zeigt, dass Sie ein ganz normaler Mensch sind. Aber da könnten jetzt wieder viele sagen, das ist ja dann doch kein Vorbild. Ja, aber ich möchte lieber die Wahrheit sagen, das muss ich lieber. Gut, passt, dann kommen wir weiter. Gehen wir auf die andere Seite. Was können Kinderbetragungsgeld, obwohl die Lebenserhaltungskosten in Ungarn ja viel niedriger sind? Und das wird gerecht aufgelegt sein, wenn ich sage, okay, in Ungarn ist der Euro so viel wert, bei uns ist er so viel wert und daher kriegst du für dein Kind in Ungarn diesen Betrag. Und wenn das Kind aber in Österreich lebt, es gibt ja Leute, die ausländischen in Österreich leben, dann ist es der volle Betrag und dann wäre es nur gerecht. Okay. 500.000 Arbeitslose haben wir in Österreich. Was kann man da dagegen machen? Der Hauptgrund sind die hohen Steuern. Wir haben eine extrem hohe Steuernlose. Wir sind bei den OECD-Staaten am zweiten Platz. Und früher waren wir beim Ranking bei den Firmen, die sich in Österreich ansiedeln wollen, relativ weit vorn. Wir verlieren jedes Jahr. Also die Betriebe wollen nicht mehr nach Österreich kommen, weil wir haben eh so viel Bürokratie und wir haben hohe Steuern. Und du musst mit den Steuern runter. Und dann bin ich wieder beim Rechnungshof. Du musst die Vorschläge beim Rechnungshof abarbeiten, damit der Staat weniger Geld für die Verwaltung braucht und wir mehr Geld haben, um die Steuern senken zu können. Das ist der richtige Weg. Ja, und ansonsten, der Bundespräsident kann auch viel machen. Also wenn der Bundespräsident jetzt, ich habe jetzt schon, also aus China hat mich schon niemand kontaktiert, der sagt, er möchte gerne investieren, auch ein Österreicher. Also wenn du da gute Kontakte pflegst, dann sagst du, vor allem in einer Wirtschaftsdelegation nach China, nach Indien, USA, Russland, egal wo, was Leute gibt, die sagen, ich möchte in Österreich investieren. Oder es kriegen Firmen aus Österreich Aufträge. Dann kann der Bundespräsident mithelfen, dass da Arbeitsplätze in Österreich geschaffen werden. Und das möchte ich unbedingt machen. Okay. Gut, das wäre dann eigentlich schon die letzte Frage auf meiner Listen. Viele Leute sagen, die EU hat Versack. Was müsste da passieren, dass sie vielleicht für einen Austritt sein? Oder kommt das gar nicht in Frage? Naja, die EU muss sich weiterentwickeln. Also was ich nicht von der Bellen sage, ich möchte zwar die Vereinigten Staaten von Europa. Die Grünen haben dann auch gesagt, sie wollen eine europäische Wirtschaftsregierung, wo das Einstimmigkeitsprinzip weg ist. Jetzt hat össer jemand die Möglichkeit, bei Entscheidungen, die für uns schlecht sind, zu sagen, nein, das geht nicht. Wenn wir eine Wirtschaftsregierung hätten, an der Grenze, wo wir feststellen, wer ist wirklich jemand, der Asyl braucht, der wirklich verfolgt wird, der muss einmal Asyl kriegen. Das passiert in der Schengen-Außengrenze. Und dann kann man es aber nicht Griechenland und Italien alleine lassen, und alle bleiben jetzt bei euch, weil da ist das Asylverfahren durchgeführt worden. Sondern da müssen die Leute gerecht auf Europa aufgedeckt werden. Und dann hätten wir überhaupt kein Problem, dann wird es funktionieren. Und warum werden straffällige Asylwerber nicht abgeschaut? Ja, das frage ich mich auch. Wenn jemand sagt, er ist schutzsuchend, dann darf er nicht Frauen für Gewaltigen Leiter schlagen, mit Trogentielen, das geht alles nicht. Anländer, die was nicht mehr zurücknehmen, oder was machen wir da dann? Ja, aber da brauche ich die Rücknahmeabkommen, und die meisten dieser Länder kriegen Geld, auch von der Europäischen Union. Und da ist schon klar, wenn ihr unterstützt werdet, damit ihr euch besser entwickeln könnt, dann müsst ihr auch Rückübernahmeabkommen machen, damit Leute, die eigentlich bei uns nichts verloren haben, dann wieder bei euch zu Hause sind. Das wäre nur gerecht und logisch. Okay, gut. Sehr viel Familienbeihilfe-Geld fließt ins Ausland. Das ärgert viele Menschen, vor allem, wenn zum Beispiel nur ein Vater da arbeitet und dann das ganze Familienbeihilfe-Geld ins Ausland schickt. Ist das normal? Kann man da was dagegen machen? Das betrifft jetzt die Grenzgänger. Früher war es wirklich so, dass auch Leute, die ganz woanders gelebt haben und dann halt ein paar Jahre in Österreich waren, auch zu Hause die Familienbeihilfe gekriegt haben. Das gibt es nicht mehr. Aber was es noch gibt, ist, wenn du jetzt zum Beispiel in Ungarn lebst und jeden Tag als Pendler nach Österreich fährst, dann hast du Anspruch für deine Kinder auf die volle Familienbeihilfe und das volle... Ja, grüß Gott, herauf einmal. Freut mich. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin der Marco Wagner, bin als Facebook Kaspern bekannt im Internet, komme aus der Steiermark, habe jetzt rund 800.000 Fans. Danke für die Möglichkeit, dass ich mit Ihnen reden darf. Ich muss jetzt für alle dazusagen, normalerweise wäre ja geplant gewesen, Van der Bellen und Hofer, dass das so eine kleine Diskussionsrunde, was dann im Internet zum Segen ist. Leider Gottes hat der Herr Van der Bellen abgesagt. Ich bin aber trotzdem dankbar für die Chance, dass ich mit Ihnen dort reden kann. Danke fürs Kommen. So, ich habe meine Community, habe ich die Frage gestellt, was würdet ihr an Herrn Hofer fragen, wenn ihr die Chance dazu habt. Da sind hunderte Fragen gekommen. Wir haben jetzt, dass das Ganze neutral und fair ist, ein paar von der grünen Seite genommen und ein paar von der blauen Seite. Ich fange jetzt einfach mit den grünen Fragen einmal an und dann gehen wir auf die blaue über. Grün und Blau hat einmal brennend interessiert. Sind Sie eigentlich nervös, dass Sie da jetzt mit mir rennen dürfen? Das mit den nervössten habe ich mir schon lange angewähnt. Also das ist bei mir ganz selten der Fall. Gehen wir eigentlich im Dialekt reden? Schon, gell? Ja, das passt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich war im Wahlkampf nicht nervös, aber nervös war ich dann. Also am Wahltag bin ich da früh aufgestanden, bin ins Wahlkampf gegangen und war in einer Kirche und dann bin ich heim und habe die ersten Ergebnisse gesehen. Für uns gibt es eine kleine Gemeinde, der ist Zulzregel, der Einzelteil von Tazmersdorf. Und das immer so zusammen sind, da geht es dem Staat überhaupt nichts an. Außer bei einer Ausnahme, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen und heiraten, da können Kinder daraus entstehen. Und das war eigentlich die Idee der Ehe, dass man damit ja das Kind schützt. Ja, und das ist mein Zugang. Gut. Der Bundespräsident, haben wir nachgelesen auch, verdient 24.000 Euro 14 Mal im Jahr. Was halten Sie für so ein Gehalt und können Sie sie eigentlich einig versetzen in Leute, was ganz, ganz wenig verdienen bei uns in unserem Land? Ja, weil ich auch ganz normal gearbeitet habe. Also ich war nicht immer Politiker. Viele waren immer nur Politiker, aber ich habe Küchen verkauft, Küchen geplant und verkauft. Ich war bei einer Fluggesellschaft als Techniker zuerst im Büro und dann habe ich gesagt, ich möchte draußen arbeiten. Mir sind auch die Finger angefroren am Triebwerk im Jänner, im Winter und da habe ich nicht viel verdient. Ja, und klar, der Bundespräsident verdient sehr, sehr gut. Zwar immer noch wesentlich weniger als der Chef der OMV oder der Post. Der Postchef verdient das ein Vielfaches von dem her. Aber ich sage, es ist sehr viel Geld und ich will einfach einen Teil von dem Geld auch spenden. Aber ich würde es nicht von mir her tragen und sagen, ich habe es an den oder an den gespendet. Das werden Behindertenorganisationen sein. Das werden Vereine sein, die sich mit Kinderarbeit beschäftigen. Okay. Ich habe halt bei den frühen Kommentaren ausgegelesen, dass vor allem viele Mütter einfach verzweifelt sind. Da würden Sie am liebsten alle persönlich fragen, kann man da nicht mehr fördern, alleinerziehende Mütter, auch so Mütter, die kommen hinten und fahren nicht zusammen, können sich kein zweites, drittes Kind leisten, obwohl es vielleicht gerne sie hätten. Kann man da, ist da irgendwas wie... Ja, da liegen ein paar Anträge im Parlament, die das besser machen sollen. Wir haben bei den armutsgefährdeten Menschen in Österreich vor allem, das ist ja klar, Arbeitslose, und ganz viele alleinerziehende Mütter, die dann zwei oder drei Kinder haben, trotzdem arbeiten gehen, und es geht sie trotzdem nicht aus. Und das ist die Situation, da muss der Staat sagen, wenn jetzt wirklich jemand, der Verantwortung hat für ein Kind, einfach hinten und vorne zusammenkommt, dann muss ich einfach unterstützen, weil der Staat sagt immer, wir brauchen Kinder, weil die Kinder werden später mal steuern sollen, die Kinder werden später schauen, dass in die Pensionskassen einbezahlt werden, damit das Pensionssystem funktioniert. Also genau dort muss ich mit der finanziellen Unterstützung ansetzen. Gut. Bevor wir zu anderen Seiten gehen, würde mich mal interessieren, kriegen Sie beim Hofer eigentlich Prozente? Was war das Verruckteste, was Sie in Ihrer Jugend gemacht haben? Mit elf Jahren 500er Motorradl fahren, wobei hinten mein Bruder oben gesessen ist, aber der hat längere Füße gehabt als ich. Das ist gleichwertig. Mit 16 mit dem Auto ohne Führerschein bin ich von Pinkerfeld nach Eisenstadt fahren. Einmal hat mir die Polizei aufgehalten, da bin ich auch ohne Führerschein gefahren und dann ist eh alles verjährt, Gott sei Dank, das darf ich eh schon erzählen. Und dann habe ich dem Polizisten gesagt, boah, ich habe meinen Führerschein vergessen und dann habe ich mich gefragt, wie heiß habe ich, so Christian Hofer, das ist mein Bruder, der ist älter als ich. Also das waren so die verrückten Sachen, wobei früher, und da habe ich nicht viel verdient. Ja, und klar, der Bundespräsident verdient sehr, sehr gut. Und zwar immer noch wesentlich weniger als der Chef der OMV oder der Post. Der Postchef verdient das, ja, ein Vielfaches von dem her. Aber ich sage, es ist sehr viel Geld und ich will einfach einen Teil von dem Geld auch spenden. Aber ich würde es nicht von mir her tragen und sagen, ich habe es an den oder an den gespendet. Das werden Behindertenorganisationen sein, das werden Vereine sein, die sich mit Kinderarbeit beschäftigen. Okay. Ich habe halt bei den frühen Kommentaren ausgelesen, dass vor allem viele Mütter einfach verzweifelt sind. Die würden sich am liebsten alle persönlich fragen, kann man da nicht mehr fördern, alleinerziehende Mütter, auch so Mütter, die kommen hin und fahren nicht zusammen, können sich kein zweites, drittes Kind leisten, obwohl es vielleicht gerne zenten. Kann man da, ist da irgendwas wie... Ja, da liegen ein paar Anträge im Parlament, die das besser machen sollen. Wir haben bei den armutsgefährdeten Menschen in Österreich, vor allem, das ist ja klar, Arbeitslose, und ganz viel alleinerziehende Mütter, die dann zwei oder drei Kinder haben, trotzdem arbeiten gehen und es geht sich trotzdem nicht aus. Und das ist eine Situation, da muss der Staat sagen, wenn jetzt wirklich jemand, der Verantwortung hat für ein Kind, einfach hinter und vor allem zusammenkommt, dann muss ich einfach unterstützen, weil der Staat sagt immer, wir brauchen Kinder, weil die Kinder werden später mehr steuern sollen, die Kinder werden später schauen, dass in die Pensionskassen einbezahlt werden, damit das Pensionssystem funktioniert. Also genau dort muss ich mit der finanziellen Unterstützung ansetzen. Gut, bevor wir zu anderen Zeitengängern würde mich mal interessieren, kriegen Sie beim Hofer eigentlich Prozente? Was war das Verruckteste, was Sie in Ihrer Jugend gemacht haben? Mit elf Jahren 500er Motorradl fahren, wobei hinten mein Bruder oben gesessen ist, aber der hat längere Füße gehabt, als ich. Das ist gleich weit. Mit 16 bin ich mit dem Auto ohne Führerschein von Pinkerfeld nach Eisenstadt fahren. Einmal hat mir die Polizei aufgehalten, bin ich auch ohne Führerschein gefahren, und dann ist eh alles verjährt, Gott sei Dank, das darf ich ja schon erzählen. Und dann habe ich den Polizisten gesagt, boah, ich habe meinen Führerschein vergessen. Und dann habe ich mich gefragt, wie heiß, habe ich gesagt, Christian Hofer, das ist mein Bruder, der ist älter als ich. Also das waren so die verrückten Sachen, wobei früher das fahren ohne Führerschein, das war nicht so schlimm. Aber das geht jetzt überhaupt nicht mehr, weil viel mehr Verkehr ist und einfach viel mehr passiert. Sie erzählen das jetzt auch offen aus, ich finde das ja sympathisch, weil das sagt, dass Sie ein ganz normaler Mensch sind, aber da könnten jetzt wieder viele sagen, das ist ja dann doch kein Vorbild. Ja, aber ich möchte lieber die Wahrheit sagen, das muss ich lieber. Gut. Passt, dann kommen wir weiter. Kommen wir auf die andere Seite. Was können Sie als Bundespräsident dazu beitragen, um das Asylchaos zu stoppen? Würden Sie überhaupt noch einen reinlassen, wenn Sie das entscheiden könnten? Also das beste Modell war das, wo wir in der Europäischen Union die Verträge einhalten. Es gibt also das Schengen-Abkommen. Das Schengen-Abkommen sagt, wir können in Europa die Grenzen abbauen, weil die Schengen-Außengrenze gesichert ist, damit es keinen ungeordneten Übertritt geben kann. Das funktioniert derzeit nicht. Das zweite